In 200 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und der Ruhmann zu einer Strasse weiter folgen. Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Kreisverkehr. Klimaschutz. Das ist wichtig. Nach Aufrichtung. Da war eine Strasse. In einem Kilometer rechts abbiegen. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Ja, das kann ich voraussagen. Der leg mich ja mal kurz vorweg. Die düstere Zeit. Die rechte Zeit, der ein fröhliches Saal im Bereich. In 300 Metern rechts abbiegen. Und der Ruhmann zu einer Strasse weiter folgen. Dann, jedenfalls können wir an der dritten Ausfahrt verlassen. Jetzt rechts abbiegen. Und dann dritter Ausfahrt. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Ab. Bis Gott. An hoch, an an. 30 Metern. Bis Gott. An hoch, an. An hoch, an. Ich dachte das hier. Hier kommt man links. Sie haben ihr Zwischen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links. Ich kann euch mal empfehlen, euch Schweizer. Fahrt mal durch Polen. Guckt euch mal Polen an. Was fällt euch auf? 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 In 300 Metern rechts abbiegen. In die St. Garderstraße. Dann den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Dann könnt ihr schon gleich sehen, wenn ihr Polen und die Schweiz vergleicht. Das hier hier voll runter geht. Und die Polen bleiben. Polen anpassen. Jetzt rechts abbiegen. Die rechte Seite ein zweifaches fröhliches Saat. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Hier ein zweifaches Griez. Und dann rechts rechts abbiegen. Und dann rechts rechts abbiegen. Hier ein zweifaches Griez. Ah, die Schleppchen. Ah, die Schleppchen. Ah, die Schleppchen. Ah, die Schleppchen. Ah. Ich weiß ja viel hoch. In 200 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. In die Landfahrtstraße. Polen. Polen ist gut. Hat zwar nicht so viele Berge außer dem Süden. Aber Polen ist ja den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Erstmal natürlich für Künstler. Und dann hat das auch was nicht. Das ist die Schweiz. Das haben wir hier Kämpfer. Kämpfer. Die dritte Minervauss hier raus. Kämpfer ist nicht zu finden. Aber kein Bühner. Ja. Wollen wir erstmal sagen kann. In 800 Metern rechts abbiegen. Ah, komm, komm, komm. Mach das mal. Ja. So, jetzt wo muss ich den... Ja, das ist ja schon geil. Ja, das ist ja so schön, kannst du auch. Ja, komm, lass uns einen teilen. So, jetzt muss ich den rechts abbiegen. Ja. In 300 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen. In die Saalwiesenstraße. Jetzt reicht's abbiegen. In 900 Metern den freisenden Lea an der zweiten Ausfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Abbiegen. In 300 Metern den freisenden Lea an der zweiten Ausfahrt verlassen. Abbiegen. In 300 Metern. In 400 Metern. In 400 Metern. In 500 Metern am 100 Metern. In 500 Metern. In 500 Metern. In 500 Metern. In 200 Metern halbrechts abbiegen und der Landfabstraße weiter folgen. In 100 Metern halbrechts abbiegen. 2,3 Kilometer der Strasse weiter folgen. 1 Kilometer der Strasse weiter folgen.